Das Thema Lang-Lkw ist in aller Munde, wobei es ja wie im richtigen Leben auch verschiedene Typen gibt. Aber klammern wir mal den verlängerten Sattel aus, also Typ 1, und denken gleich richtig groß, respektive lang. Dann kommen die Synapsen in den meisten Köpfen auf 25,25 Meter Gesamtlänge, auf einen 3-Achsmotorwagen, einem Standard-3-Auflieger und einem gelenkten Dolly dazwischen. Der Langrede kurzer Sinn, Lang-Lkw-Typ 3. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Aber bei den Damen und Herren aus Skandinavien zum Beispiel ist ein gelenkter Dolly ein Fahrzeug non grater. Also muss ein starrer Dolly her. Wie hier zu sehen bei dem Lang-Lkw der Firma Diebel auf dem DPD-Depot in Hamm. Stellt sich jetzt aber die Frage, kann der starre Dolly den Biokraftkreis meistern und wie müssen dafür der Motorwagen und der Auflieger ausgestattet sein? Der Motorwagen hat einen sehr überschaubaren Kupplungsrücksprung, trägt eine 7,45 Meter Wechselbrücke, hat einen Radstand von 4.600 Millimetern und eine Nachlauf-Lenkachse. Und diese Nachlauf-Lenkachse ist auch zwingend erforderlich beim Auflieger. Wobei der Auflieger gerne auf dem gängigen 3-Achse-Aggregat rollen darf, aber nicht zwingend muss. Wenn ein paar Kilogramm Nutzlast fehlen, ist eher der hier gezeigte 2-Achse das Mittel der Wahl. Der Biokraftkreis kann also auch mit dem preiswerteren starren Dolly bewerkstelligt werden, der überdies auch in Sachen Wartung eher puristisch ist. Der gelenkte Dolly, das ist bekannt, muss jede Woche sein Fett abbekommen. Aber unabhängig davon, ob gelenkter Dolly oder starrer Dolly, es ist immer die Rede vom Lang-Lkw Typ 3. Aber egal, ob Typ 1, 2 oder 3, Hauptsache Grund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017